Hallo Leute, vergesst gleich nicht den Stream, also unsere erste Gaming Show. Um 15 Uhr geht's punktgenau los und ja, wir werden hier einige Kameras ansteuern und wenn ihr dabei sein wollt, dann schaltet einfach ein, der Link steht in der Beschreibung und dann werden wir gleich mit Kiwi Zockt als Moderator live sein. Dort könnt ihr auch Fragen stellen und wir machen auch einige Sachen über Minecraft, also lasst euch überraschen und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich!